Hallo und willkommen ihr Lieben bei Megafon95, der Fortuna-Podcast von Projekt Megafon. Ich bin der Maurice Edvanten-Dribbler bei Twitter. Ihr findet uns wie gewohnt auf Soundcloud, Facebook, Twitter immer als Projekt Megafon. Heute besprechen wir den ersten Spieltag der zweiten Bundesliga, genauer gesagt von Fortuna Düsseldorf. Was unsere Eindrücke sind und was wir an diesem Spieltag so erlebt haben. Ich habe das Spiel live im Fernsehen gesehen auf Sky. Mein geschätzter Partner in Crime, der Micha Echerensky auf Twitter, hat dieses Spiel live im Stadion gesehen. Hallo Micha. Hallo. Du gehst ja öfter ins Stadion als ich. Bis auch in der Vergangenheit sind wir ja auch einige Auswärtsfahrten bereist. Dieses Spiel war zu Hause und im Vorfeld sah es ein bisschen düster aus. Ich glaube knapp 12.000 Dauerkarten nur verkauft. Am Ende des Tages waren wir bei etwas über 25.000 Besuchern im Stadion. Wie war die Atmosphäre vor dem Spiel? Ja, vor dem Spiel eigentlich nichts Besonderes. Anscheinend haben momentan die Ultras ein paar Probleme mit dem Vorstand. Es gab weniger Banner und weniger Fahnen. Aber die Stimmung an sich war eigentlich überall. Wie kannst du dir das erklären? Wir haben ja in der Folge 1 von Megafon 95 mehr oder weniger den Vorstand bzw. das Verhalten der Vereinsführung gelobt. Wir waren da sehr positiv, was Finanzvorstand angeht und auch was den Herrn Schäfer angeht, wie er was in die Wege leitet. Konntest du da raushören, wo da die Unzufriedenheit herkommt? Genau eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass was wir in der letzten Folge als positiv gesehen haben, dass er da ein bisschen Professionalität reinbringt, dass das die Fans nicht alle so super finden, dass da auch viele Kritiker dabei sind. Es gab zum Beispiel auch einen Banner gegen Schäfer. Aber so ganz verstehen kann ich es nicht wirklich. Aber ich habe mich da auch noch nicht eingelesen, sage ich mal, in die Materie, warum die jetzt genau so Kritik an ihm üben. Ja, man kann es schon verstehen. Er war ja in der Vergangenheit auch oft sprunghaft, was Vereine angeht und hat da falsche Bekenntnisse gemacht, um sich dann nach dem Größeren praktisch Ziel zu begreifen. Das, was viele Fans vielleicht besser gefunden hätten, wäre, wenn die Allofsbrüder in so Funktionen gesetzt worden wären. Ehemalige Spieler, ehemalige Funktionäre, die mit dem Verein sich identifizieren können. Das wäre vielleicht bei den Fans besser angekommen, aber wir wissen ja nicht, inwiefern das zustande kam. Ich glaube, vor ein paar Wochen gab es auch mal das Gerücht, dass die beiden Allofsbrüder zurück in den Aufsichtsrat kommen würden. Aber da ist es ja auch still geworden. Gehen wir einen Schritt vor die Arena, bevor wir jetzt ins Spiel eintauchen. Wir haben noch gar nicht über die Trikots gesprochen. Michael, wir haben die Saison von UL Sport neue Trikots in Schwarz, Rot und Weiß. Wie gefallen sie dir? Lustigerweise finde ich das Ausweichtrikot eigentlich am schönsten oder am besten. Das Weiße fand ich okay. Mittlerweile denke ich mir bei dem Weißen, ja, ist ganz gut. Also mit dem Weißen Trikot habe ich mich angefreundet. Und das Rote Trikot ist, weiß ich nicht. Es ist akzeptabel, aber es ist jetzt nichts für mich, sage ich mal so. Also nach meinem Gefühl gibt es zwar, was Individualität angeht, vielleicht eine Verbesserung zu Puma vorher. Das kann ich so nicht beurteilen. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche anderen Mannschaften UL Sport tragen. Das Schwarze und das Weiße Trikot sind so ein bisschen die, die ich gut finde. Da habe ich jetzt nichts Negatives auszumitzen, aber das Rote Trikot stört mich so ein bisschen. Du hast das Rote Trikot in den weißen Streifen und dann hast du die Rote Schrift, zwar weiß umrandet, aber es sieht trotzdem irgendwie komisch aus. Ich war letztens im Fortuna-Shop und dort hat mir das Trikot nicht gefallen. Kommen wir von den Trikots und selbst von den Mode-Experten mal in das Spiel gegen Braunschweig. Grundsätzlich das Spiel gegen Braunschweig eher positiv oder eher negativ. Ich bin positiv überrascht von dem Spiel, von der Art, wie Fortuna gespielt hat und es macht mir eigentlich Hoffnung für die Saison. Das glaube ich auch. Wir werden erleben müssen, wie es ist, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die sich mehr reinstellen, die uns nicht als ebenwürdig attackieren, sondern uns in den Spielabtausch ermöglichen, sondern gegen Mannschaften spielen, die sich hinten reinstellen werden. Dann müssen wir gucken, wie sich das ergibt und wie unsere Defensive dann standhält. Taktische Ausrichtung war eher offensiv. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das als 3-5-2 oder 5-3-2 benennen, wo wir 2 Stürmer und eine hängende Spitze oder offensiven Mittelfeldspieler haben und danach dann halt mit einer Doppel-6 verteidigen und dann je nachdem die Außenverteidiger vorlaufen oder zurücklaufen. Michael, erklär uns das nochmal. Du hast so ein bisschen das Spiel überbeobachtet. Ich war beeindruckt vom Aufbauspiel der Fortuna. Der Spielmacher war eigentlich Hoffmann oder er hat das Spiel von hinten aufgebaut und im Aufbau haben Hoffmann, Eihahn, Bozek und Gieselmann im Prinzip eine Raute gebildet. Und die Außenverteidiger oder Außenspieler Schmitz und Kiesewetter sind dabei vorgerückt und man hat richtig die Grundformation im Aufbauspiel erkannt, von wo man aufbaut und wohin es gehen soll. Und irgendwie war ich beeindruckt von so einer taktischen Ausrichtung oder Aufstellung, weil ich das eigentlich nicht erwartet habe, dass der Funkel sich was Neues ausdenkt, sage ich mal. Sondern ich habe eigentlich gedacht, wir spielen so weiter wie letzte Saison. Ich war überrascht, dass er umgestellt hat. Klar, er hat jetzt vorne im Sturm viel Potenzial. Und was mich so ein bisschen befreundet hat, ist, dass wir, wenn wir jetzt in die Aufstellung gehen, halt Hennings neben Bebou sehen. Die beiden haben öfter mal die Seite getauscht, mal links, mal rechts. Da waren die sich nicht zu fein. Aber wie siehst du die Rolle von Bebou im Sturmzentrum? Wir haben da so viel Qualität mit Nielsen, mit Kuljevic, mit Ior unter anderem. Auch einen Ngobo wollte sich da durchsetzen. Wie siehst du jetzt die Rolle im ersten Spiel von Bebou? Viel zu interpretieren oder taktisch kluges Mittel? Ich sage mal so, eigentlich müsste Bebou, muss eigentlich spielen von seiner Qualität her. Aber es gibt ja die rechte Mittelfeldposition nicht mehr in dieser Formation. Also muss er halt auf seiner Ausweichposition, sage ich mal, als Stürmer oder rechts außen ausweichen. Also wenn man ihn spielen lassen will, beziehungsweise muss, dann geht es halt nicht anders, als ihn vorne in den Sturm zu stellen. Zumindest momentan bei dieser Formation. Bebou zeigte sich im gesamten Spiel eigentlich mit vielen guten Aktionen, aber bis auf ein, zwei Male halt nicht wirklich mit Gefahr. Er war halt oftmals, ist mir aufgefallen, er hat einen Pass bekommen, konnte sich nicht durchsetzen, flog dann hin. Der Schiedrichter hat diese Fouls oder diese Tacklings-Zweikämpfe im Mittelfeld nicht gepfiffen. Und Bebou konnte sich dann halt meistens nicht durchsetzen, der Pass ging zurück oder er flog hin, der Ball rollte dann ins Aus. Das habe ich so von ihm gesehen. Was mir auch aufgefallen ist, dass er und Hennings sich oft halt auf die Flügel oder Zentralhaben ausfallen lassen, um auf der jeweiligen Seite oder im Mittelfeld ein Übergewicht darstellen zu lassen. Tauchen wir direkt in die erste Hälfte ein. In den ersten 25 Minuten hatten wir Braunschweig komplett im Griff. Also wir konnten da wirklich uns den Ball in und her schieben, offensiv agieren, wie wir wollten. Wir haben nur nicht wirklich den Druck hinbekommen. Also wirklich Druck hatten wir nie, aber wir hatten in den ersten 25 Minuten, waren wir die spielbestimmtere Mannschaft. Dann folgt direkt das 1-0 durch eine gute Vorlage von Gieselmann, der dann mit einem doppelten Beinschuss-Tunnler, wie auch immer, sich durchtankt. Den Ball dann ein bisschen unplatziert in die Mitte spielt. Glück gehabt, dass der Torwart den auch abfälscht und Sobotka ist dann da und schiebt ihn ein. Alles richtig gemacht oder Glück? Alles richtig gemacht, würde ich sagen. War eine super Aktion, eine sehr starke Aktion vom Gieselmann. Und hoffentlich bringt er in der Saison mehr so Aktionen. Das hoffen wir natürlich auch. In der 35. Minute kam dann auch direkt das 1-1 hinterher. Also die haben nicht lange gefackelt. Die ersten 25. Minuten, klar, hat man dominiert. Danach verlor man so ein bisschen Dominantheit. Man hat vielleicht versucht, sich auszuruhen. Aber das nutzte Braunschweig. Die wurden in dieser Phase, ich sag mal, ungefähr ab der 35. wurden die immer stärker. Die wurden immer stärker und haben sich dann belohnt mit einem Freistoß-Tor. Was so ein bisschen kurios gefallen ist. Eihahn war das, glaube ich, der rennt auf die Linie. Hebt es abseits auf. So kann Kubela nochmal auf Bafu legen und der schiebt den Ball dann ins Tor. Michael, du hast ja auch Torwart gespielt, als du noch aktiv warst vor ein paar Jahren. Wie hat Rensing sich verhalten? Klarer Fehler oder einfach nur Pech gehabt? Ich glaube, da kannst du als Torwart eigentlich nicht viel machen. Der Fehler ist eigentlich passiert, dass Kubela da zum Kopfball... Also entweder muss der Torwart... Entweder muss Rensing komplett raus und den Ball klären vorher schon. Oder einer muss halt mitgehen und mit Kubela in den Zweikampf gehen. Aber der stand ja wirklich komplett alleine vor Rensing. Hat den Ball dann noch leicht abgefällt. Wo Rensing irgendwie noch sich hat anköpfen lassen, sage ich mal. Und dann fällt er dem anderen Spieler vor die Beine und der schießt das Ding dann einfach rein. Aber das Ding war... Beim Freistoß hat mein Nachbar im Stadion schon gesagt... Ja, guck mal, da stehen drei Braunschweiger in der Mitte frei zum Kopfball. Und mit nur zwei Fortuna-Spielern. Weil der Rest in der Mauer stand. Und dann rennt Eihahn, der halt einer von den zwei Fortuna-Spielern war, die in der Mitte waren, rennt dann auch noch auf einen kurzen Pfosten. Das heißt, dass drei Braunschweiger und ein Fortuna-Abwehrspieler in der Mitte standen. Und man hat schon... Da wusste man schon, das geht nicht gut. Was auch nicht gut war, war die Härte an Zweikämpfen, die sich so ein bisschen vor der Halbzeit dann noch abspielten. Also eigentlich, das ganze Spiel war hart, aber oft fair. Also wir haben eine gelb-rote Karte kurz vor Schluss. Aber ansonsten haben wir eigentlich nur vier gelbe Karten im Spiel gesehen. Es ist noch im Rahmen. Vor allem Braunschweig wurde halt zum Ende des Spiels etwas härter. Was für uns negative Folgen haben, war eigentlich ein harter geführter Kopfball-Zweikampf. Haben wir vorher schon gesehen, bei Braunschweig spielten dann die beiden Innenverteidiger gefühlt mit einem Turban. Aber Fink konnte das nicht. Der musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus. Denkst du, er wird das kommende Spiel machen können gegen Aue? Oder wird er etwas länger ausfallen? Denn in der ersten Halbzeit war er schon Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft. Ich denke mal, wenn es wirklich eine Gehirnerschütterung ist, dann theoretisch möglich, dass er dann spielen kann. Aber wahrscheinlich eher nicht. In der 60. Minute hatten wir dann gefühlt die erste Chance in der zweiten Halbzeit. Oder gefühlt halt eigentlich dem Tor. Weil es war immer ein bisschen was nach vorne, aber halt nie was Fruchtbares. Hennings hatte da eine gute Möglichkeit. Und das war es eigentlich auch. Fortuna befand sich so ein bisschen im Chaos. Das ging eigentlich bis zur 70. Minute so. Also bis zum 2-1 von Nühmann, der eingewechselt worden ist. Mit ein paar Passkombinationen standen dann plötzlich Kürrel Moll und Christopher Nühmann alleine vor dem Tor. Die schieben sich den Ball zu und machen dann das 2-1. Später auf Sky kam dann heraus, dass es eigentlich abseits gewesen ist. Nur mit fünf Slow-Mos mache ich da dem Schiedsrichter keinen Vorwurf, das nicht zu sehen. Micha, abseits oder einfach nur schlecht sortiert? Ja, ich habe dann Videos gesehen. Also ich habe dann im Nachhinein gesehen, die Aktion im Fernsehen. Und es ist vielleicht ein halber Fuß, der im Abseits steht. Wo ich mir dann auch denke, ja, mit einer Zeitlupe und Bild angehalten kann man kaum sehen, dass es Abseits ist. Also mache ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf. Fortuna wurde daraufhin wieder etwas besser. Also man fing sich und ab der 70. Minute gefühlt mit einigen Einwechslungen, die kamen, war das schon ein anderes Spiel. Also Harvard Nielsen kam für Borczek in der 60. Minute. Also der kam eigentlich direkt nach dem 2-1. War klar, dass er noch einen Stürmer bringen muss. Und Pennings ging dann in der 69. Minute raus für Kujovic. Man hat gemerkt, dass der vorne eine Bank war. Das Spiel hat sich ein bisschen verändert. Viele lange Bälle suchten seinen Kopf. Er hätte auch fast jedes 1-0 gemacht. War dann ein bisschen unkoordiniert. Aber eigentlich lief das Ganze dann gut. Fortuna machte sehr viel Druck. Seit der 70. Minute sehr viel offensiven Druck. Und bestimmte eigentlich das Spiel. Also man merkte auch, dass das Stadion wieder sich ein bisschen anheizte. Hast du das auch gemerkt? Oder war viel Frust noch zu spüren? Nee, die Stimmung an sich war schon gut. Und man hat dann gemerkt, als die Mannschaft dann wieder reingekommen ist ins Spiel, dass die Stimmung im Stadion dann auch direkt wieder besser wurde. Und ja. Ein Punkt, wo die Stimmung fast übergekocht wäre, war ein Freistoß, wenn das Außennetz ging. Also ich glaube, die komplette Tribüne hat da gejubelt. Aber leider war der Ball nur im Außennetz vergraben. Wir kommen dann eigentlich auch schon zu dem 2-2 von Neuhaus. Der eine gute Übersicht hatte und abgezogen hat. Mir ist aufgefallen, dass Florian Neuhaus, der in der 40. Minute für Oliver Finke gekommen ist, vorher gute Pässe gespielt hat im Mittelfeld und eigentlich auch sehr angriffsorientiert war. Nur fehlt ihm irgendwie das Vertrauen, die Übersicht, um in der Box oder um die Box drumherum irgendwas zu kreieren, was zum Torauffolg führte. Das schaffte er da jetzt in der 79. Minute. Wie hast du das von der Tribüne aus wahrgenommen? Ich glaube, die haben auch alle Tore gespielt in der zweiten Halbzeit. Ja, es war eine schöne Passkombination. Nielsen hat den Ball durchgesteckt auf Schmitz. Der ist dann durch bis zur Grundlinie und hat den Ball in den Rückraum gelegt, wo dann halt Neuhaus stand und den Ball ins kurze Eck einnetzt. War eine stark gemachte Aktion. Ab der 80. Minute Braunschweig dann zu sehen, Fortuna weiterhin viel Druck. Was mir gefallen hat, ist etwas, was ich letzte Saison oft vermisst habe. Dass man bei einem 2-2 zu Hause immer noch versucht, auf Sieg zu spielen. Leider ist kein Tor mehr gefallen. Das Spiel ist vorbei und wir haben noch so ein paar Punkte, die wir noch ansprechen wollen. Wir konnten ein paar Standards von Gieselmann sehen. War da eine Verbesserung zu sehen? Weil ich fand, die Standards waren eigentlich genauso erfolglos wie immer. Die Standards waren eigentlich, ja, wie immer. Aber die Freistöße, beziehungsweise der eine Freistöße, der direkt aufs Tor ging, der auf dem Netz landete, wo der Oberrang schon gejubelt hat, weil sie sagten, der Ball wäre drin gewesen. Also ich glaube, das wird sich noch bessern, auch wenn es in dem Spiel nicht so klar zu sehen war. Wir haben in der zweiten Halbzeit gesehen, als Herbert Knudsen eingewechselt worden ist, dass er viel Offensivdruck gemacht hat, viel nach vorne gespielt, immer anspielbar war. Und auch Tore schießen oder vorbereiten wollte. Denkst du, er ist im nächsten Spiel gegen Aue gesetzt? Es würde mich freuen. Weil eigentlich hat er mir gut gefallen in dem Spiel. Bei einer Aktion habe ich mir bei ihm aber am Kopf gefasst. Weil ich dachte, er war, glaube ich, 20, 25 Meter vorm Tor, ein einziger Gegenspieler vor ihm und dann legt er den Ball schlecht quer oder schlecht drüber nach links. Anstatt einfach mal versuchen, den Gegner auszudribbeln oder einfach mal aus 20 Metern zu schießen. Das war aber die einzige negative Aktion von ihm, sage ich mal. Sonst fand ich ihn eigentlich super. Und er kann gerne für, wenn Fink nächstes Spiel nicht spielen kann, kann er gerne seine Position übernehmen. Kommen wir zum MVP in diesem Spiel. Michael Rensing. Findest du, dass es gerechtfertigt ist, dass wer er VIP ist? Weil er hat, wenn man das anguckt, hat er schon einige Paraden gehabt. Ist er damit für dich Player of the Game? Oder hättest du die Rolle jemanden anderen gegeben? Eigentlich schon Rensing. Auch wenn er bei den beiden, beziehungsweise beim ersten Gegentor haben wir ja drüber geredet. War ein bisschen unglücklich. Aber da kannst du, siehst du, glaube ich, eher unglücklich aus. Beim zweiten Tor war auch, statt zu springen, hat er sich eher einfach nur fallen lassen. Aber das ist so, da mache ich ihm eigentlich keinen Vorwurf. Aber ich kann es verstehen. Wir haben ja in unserem Saisonausblick gesagt, dass wir mit einem Unentschieden zufrieden wären. Dass es jetzt so ein attraktives 2-2 ist, tut natürlich gut, weil man merkt, dass in der Mannschaft vorwärts dran ist. Denkst du, dass dieses Ergebnis gegen Braunschweig in dieser noch jungen Saison für den ersten Spieltag eher positiv oder eher negativ zu betrachten ist? Vom Auftreten her der Mannschaft super positiv, weil die Mannschaft hat mir gefallen. Es hat Spaß gemacht, im Stadion zu sein. Es hat Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Das Ergebnis ist ein 2-2 gegen Braunschweig. Für mich ist Braunschweig, wie schon in der ersten Folge gesagt, eigentlich ein Kandidat für Top 5, sage ich mal. Also mit einem Punkt kann ich super leben. Der Einsatz im Spiel war super. Ich bin zufrieden gewesen nach dem Spiel. Jetzt sollte eigentlich der Ausblick auf den zweiten Spieltag gegen Erzgebirge Aue kommen. Darauf wollte ich uns ein bisschen einstimmen und ein bisschen erklären, wie hat Aue gespielt und wo könnten unsere Stärken liegen in diesem Spiel. Können wir das gewinnen oder nicht? Jetzt ist das Spiel wegen Aue abgesagt worden. Ich glaube, am 8. und 9. August wird es nachgeholt. Also zum jetzigen Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht einsehbar. Aber eins kann ich fragen. Micha, rechnest du mit einem Sieg in Aue? Eigentlich schon. Wenn die Mannschaft so spielt wie gegen Braunschweig, dann denke ich schon, dass wir einen Sieg holen. Aue ist eigentlich recht offensiv stark. Zumindest nominell haben sie einen der besten Stürmer der Liga mit Köpke. Meinst du, da könnten die Konter gefährlich werden oder ist die Abwehr so souverän, dass man das abfangen kann? Ich glaube, die Abwehr kriegt das hin und kann das abfangen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Bundesligaspieltag. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns ja auf Facebook Projekt Megafon oder auf Twitter AdProjekt Megafon diese Fragen stellen. Uns wäre lieb, wenn ihr uns auf Twitter, Facebook liked, retweetet, teilt und am besten euren Freunden weitersagt. Ihr findet uns auch auf Soundcloud Projekt Megafon oder wenn ihr den Direktlink haben wollt www.schwerensky.de slash Projekt Megafon Ich bin der Maurice, etwa Dribbler auf Twitter. Ich bin Micha, etwa Schwerensky auf Twitter. Und wir sagen, Sayonara. Tschö. Ich bin Malen.